Der Paul-Linke-Ring 2023 konnte heute Mittag nicht wie geplant an Annette Louisan verliehen werden, denn die Künstlerin ist erkrankt. Damit fiel die Verleihung im Chursaal von Hahn & Klee vor 300 Zuschauern aus. Mit dem Ring werden Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet, die sich um die deutsche Unterhaltungsmusik verdient gemacht haben. Er soll zu einem späteren Zeitpunkt übergeben werden, sagt eine Sprecherin der Stadt Goslar. Auch ein geplantes Überraschungskonzert am Abend in der Goslarer Altstadt muss verlegt werden.